Mal zu kontrollieren, versuche ich hier nochmal das Keyword Nintendo DS einzugeben und schaue, ob wir dazu weitere Informationen bekommen. Ich gebe einfach hier nochmal Nintendo DS ein, klicke auf Suche. Okay, und ja, wir bekommen jetzt hier weitere Suchanfragen für dieses Hauptkeyword Nintendo DS und wir sehen hier zum Beispiel für Nintendo DS Lite Spiele eine monatliche globale Suchanfrage oder Suchvolumen von 22.200, was wirklich sehr, sehr viel ist und wir sehen also auch hier zum Beispiel Nintendo DS Spiele hat sogar 110.000 Suchanfragen. Wir können das hier auch uns sortieren lassen, einfach hier oben mal auf diesen Tabellenkopf klicken und jetzt sortiert dieses Keyword Tool sozusagen die Ergebnisse nach den Suchanfragen und wir haben jetzt zum Beispiel von oben nach unten begonnen mit den meisten Suchanfragen, also in dem Fall 450.000 für den Suchbegriff Nintendo DS. Alright, also auch hier nochmal als Kontrolle, dass wir wirklich eine heiße Nische gefunden haben und ein heißes Produkt gefunden haben, wo es sich lohnt, dieses als Affiliate zu bewerben. Schauen wir uns jetzt mal die anderen Quellen an, die es ebenfalls noch gibt und zwar gehen wir jetzt mal zu Amazon. Amazon ist mit einer der Top-Webseiten mit den meisten Traffic im Internet und auf Amazon befinden sich Käufer. Ja, das ist ganz entscheidend. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wenn Sie eine Nische suchen, folgen Sie dem Geld. Also Sie müssen dort Ihre Nische ausfindig machen, wo Käufer sind. Alright, okay und dann schauen wir doch mal. Wir sind jetzt hier auf der Amazon Bestseller-Seite und wir haben jetzt hier auf der linken Seite die Kategorien. Ich scrolle mal runter und schaue mal, dass wir die Kategorie Spiele finden oder in dem Fall Games. Klick da mal drauf. So, jetzt bekommen wir hier die Bestseller für diese Kategorie Games. Ich scrolle mal runter. Das sind jetzt hier wirklich nur natürlich alle Spiele, logischerweise. Ich gucke jetzt mal hier auf der linken Seite in der Unternavigation, befindet sich sogar, ja, wen wundert es, das Produkt Nintendo DS. Da klicke ich jetzt mal drauf und schaue mir an, was hier die Bestseller sind für das Produkt Nintendo DS. Und ich sehe hier zum Beispiel ein Spiel, was sich wunderbar verkauft anscheinend. Wir haben hier 11 Kundenrezensionen, das heißt also, ja, es gibt dafür auch Kunden. Anhand dieser Angabe können Sie zum Beispiel sehen, ja, wie viele Kunden, also ein Verhältnis gibt es für dieses Produkt. Also, es ist einfach sicherlich nochmal so ganz interessant zu sehen, zum Beispiel hier für die Nintendo DS Konsole Schwarz gibt es 137 Kundenmeinungen. Da klicke ich mal drauf. Das heißt, dieses Produkt wurde bereits von vielen Kunden auch gekauft, ja. Sonst hätten wir hier nicht diese hohen Kundenrezensionen. Und wir sehen sogar hier, dass die meisten davon sogar total zufrieden sind mit diesem Produkt. Okay, ich gehe nochmal zurück. Also, das ist ebenfalls sehr, sehr, sehr interessant. Und das bestätigt nochmal, dass eben Nintendo DS wirklich eine sehr profitable Nische ist. Und auch hier, wir sehen hier den Preis, 138 Euro. Also, wir haben hier ein Produkt, was auch wirklich höherpreisig ist. Wunderbar. Also, das nochmal als Gegencheck. Ja, also die Amazon Bestsellerliste. Sie können hier aber auch nochmal, hier unter Nintendo DS befinden sich weitere Unterkategorien, die Sie nachher sich anschauen sollten, wenn Sie den Türöffner, beziehungsweise wenn Sie dann mit der Werbung und dem Marketing anfangen, dass Sie dann eben eine Unternische sich suchen, wo es eben noch nicht so viele Mitbewerber gibt. Und um sich da Ideen zu holen, klicken Sie einfach mal hier in die Unterkategorien. Und Sie sehen also hier Fun Games und so weiter. Aber was zum Beispiel ganz interessant ist, zum Beispiel Zubehör. Weil jemand, der eine Nintendo DS-Konsole kauft, braucht auch Zubehör. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel für diese Konsole die Liste der Zubehör-Bestseller. Und wir sehen hier zum Beispiel, gut, das ist die Konsole. Ich gehe mal weiter runter, finden wir hier noch weiter. Und hier haben wir weitere Konsolen, gehen wir weiter runter. Hier zum Beispiel, das ist doch eine interessante Geschichte. Hier gibt es ein Ladekabel für diese Konsole. Gut, der Preis ist jetzt nicht besonders hoch. Also in dem Fall würde sich das nicht lohnen, das als Affiliate zu bewerben. Aber wir finden hier zum Beispiel weitere Produkte, die Sie natürlich bewerben können in einem Markt, wo es eine hohe Nachfrage gibt. Und ich gehe davon aus, dass diese einzelnen Produkte, die Sie hier finden, dass es dafür eben noch nicht so viele Mitbewerber gibt. Also da empfehle ich Ihnen einfach mal durchzugehen, durch die einzelnen Kategorien. Und hier finden Sie tonnenweise Ideen für Nischenblogs, für Produkte, für Unternischen, für die Sie eine Werbung machen können. Okay, also das war jetzt Amazon-Bestseller-Liste. Ich gehe weiter und schaue mir jetzt eBay Pulse an. eBay Pulse ist ebenfalls eine Quelle, eine Internetseite, wo Sie nach Trends, nach beliebten Produkten suchen können, nach beliebten Suchanfragen. Ebenfalls ähnlich wie bei Amazon befinden sich auf eBay hauptsächlich nur Käufer, also genau die Zielgruppe, die wir suchen. Und Sie haben hier ähnlich wie bei Amazon auch Kategorien. Ich gehe mal hier auf dieses Menü, öffne das mal und gehe jetzt mal durch und suche jetzt mal das Untermenü, was eben zu Spiele passt. Wir haben das, PC und Videospiele. Und schau doch mal, was bei eBay los ist. Und sage und schreibe, wir sehen, die beliebteste Suchanfrage unter der Rubrik PC und Videospiele ist Nintendo DS. Ja, also noch mehr Informationen brauchen wir gar nicht. Also damit ist wirklich bewiesen, dass es sich hier um eine wirklich interessante Nische handelt, wo es sich wirklich lohnt, Arbeit und Zeit zu investieren. Okay, also wir sehen auch hier zum Beispiel Nintendo DS Spiele ebenfalls unter...